Ein hektischer Tag. Aus Sicht von Schwester Hedwig, einer Klerikerin der Dahlia in den Diensten von Esgard von Wolfsheim. 21. September des Jahres 971. Ich setzte mir die blaue Haube auf, welche ich an den meisten Tagen trug. Ich betrachtete mich noch einmal im Spiegel. Alles saß, kein Haar zu sehen. Ich lächelte mir zu und machte mich zur Küche auf. Drei Gänge entlang und zwei Treppen hinunter und ich war angekommen. Die Burg von Wolfsheim war riesig und wir hatten eine eigene Küche zugewiesen bekommen. Ich höre bereits am oberen Eingang der letzten Treppe, wie Orlife seinen Küchenhilfen irgendwelche Aufgaben zubrüllte. Er war mit Sicherheit schon in den Vorbereitungen für das Mittagessen. Außerdem gab es sicherlich einige Zutaten und Gerichte, die er einkochen musste, um sie für die Reise haltbar zu machen. Als er mich sah, wurden seine Züge weich. Schwester Hedwig, es ist noch ausreichend Haferbrei übrig für unsere Spätaufsteher, sagte Orlife mit einem Zwinkern und einem frechen Grinsen im Gesicht. Er deutete auf einen Topf, der ganz außen über dem Feuer hing. Danke, Orlife, lasst euch nicht von einer unhöflich verspäteten Frau unterbrechen, sagte ich mit einem ertappten Lächeln. Ja, bitte nehmt euch, fügte er noch schnell hinzu, während sein Blick argwöhnisch zu Lefe hinüberwanderte, welcher gerade Passinaken schielte. Während ich mir eine Schüssel mit einer Portion Haferbrei füllte, hörte ich, wie Orlife einen Pfiff von sich gab. Ganz schön flink mit dem Messer, der gute Lefe, was? Lefe grinste mit errötenden Wangen und schaute schnell wieder auf seine arbeitenden Hände. Aber vielleicht übst du die gleiche Geschwindigkeit noch, während du die Klinge von dir wegführst, anstatt auf dich zu, warnte Orlife. Stirnrunzelnd wurde Lefe ein ganzes Stück langsamer, als er versuchte, das Messer anders herumzuführen. Amüsiert schlang ich den Haferbrei hinunter. Bis später dann, rief ich der Küche ihm hinausgehend zu. Durch den bediensteten Eingang nach draußen laufen, traf ich hinter der Burg Freya, Arn und Vailen, wie sie zanken einen Karrenbeluden. Passt doch auf, Klipping, fluchte Freya. Arn hatte offensichtlich seine Seite des Mehlsackes fallen gelassen und Freya hatte Mehl ins Gesicht bekommen. Vailen prustete und versuchte verzweifelt, nicht lauthals loszulachen. Grinsend begrüßte ich die drei im Vorbeigehen. Die Stimmung hält sich augenblicklich auf, als sie mich fast im Chor begrüßten. Guten Morgen, Schwester Hedwig! Direkt, nachdem sie sich von mir abwandten, verfielen sie wieder in ihre vorherigen Gemütszustände. Grinsend dachte ich darüber nach, was Freya eigentlich hier machte. Sie möchte sich als Kriegerin verdingen, hat aber noch nicht die Fähigkeiten, eine vollwertige Wache zu ersetzen. Vermutlich hat Säurag sie deshalb für Knechtarbeiten eingeteilt. Arn, eine Entschuldigung, murmelnd, hob den Sack wieder von Freyas Füßen auf und warf ihn Vailen auf den Karren hoch, welche ihn mit Leichtigkeit auffing. Vailen war stärker geworden. Der Junge war ganz schön ausgemergelt, als er sich uns auf dem Erntedankfest im vorletzten Jahr anschloss. Er war kein trainierter Krieger, aber meines Wissens nach wollte er das auch gar nicht mehr werden. An zwei weiteren Karren vorbei hörte ich, wie Silas und Amades hitzig diskutierten. Wir können nicht einfach die gleiche Menge Asentirer Wein einkaufen, das wird viel zu teuer, sagte Amades verzweifelt. Aber der kommt dem Apfelwein aus Wurinsgard am nächsten und ihr wisst, wie sehr Sir Esgard seinen Apfelwein liebt. Der geht zu gut bei unserem Gefolge weg, wir brauchen mehr, argumentierte Silas. Amades seufzte. Das müssen wir absegnen lassen, ich kann nicht einfach meine Geldmittel dermaßen überziehen, sagte Amades resigniert. Klär das mit Herrn Esgard, ich hab mich noch um andere Dinger zu kümmern. Ich habe selber keine Zeit für solche Lappalien, entgegnete Silas entrüstet. Guten Morgen, die Herren, begrüßte ich die beiden. Kann ich euch vielleicht bei eurem Problem behilflich sein? Ich bin sowieso gerade auf dem Weg zu Herrn Esgard. Was genau soll er entscheiden? fragte ich freundlich. Plötzlich plapperten beide gleichzeitig los und unterbrachen sich direkt wieder. Silas und Amades warfen sich Blicke zu. Amades fing an. Silas hier hat nicht mehr genug Wurinsgarder Apfelwein für die Reise. Im Umland ist auch keiner mehr verfügbar. Und jetzt will er stattdessen den Wein vom Asintier kaufen. Der kommt am nächsten an den aus Wurinsgard heran, unterbrach Silas. Welcher fast doppelt so teuer ist und ihr wisst selber, wie viel der Wein aus Wurinsgard getrunken wird, beendete Amades seinen Satz. Wie viel fehlt uns denn? fragte ich. Wir brauchen noch drei Dutzend Flaschen, um nicht auf halber Strecke leer zu laufen, sagte Silas etwas leiser als zuvor, während er unsicher von einem Bein auf das andere trat. In Ordnung. Ich schaue aber Esgard vorbei und kläre die Kosten, entschied ich. Und ich versuche es untergehen zu lassen, dass das ziemlich spät auffällt, fügte ich ruhig, aber bestimmt an Silas Gewand hinzu. Ihr seid die beste Schwester, Hedwig, freute er sich. Ich verabschiedete mich und ging auf das Tor zu, wo Fabrizio sich mit einer Wache unterhielt. Ihr seid ganz schön spät dran, begrüßte er mich. Verzeiht, ich wurde aufgehalten und werde auch noch etwas länger brauchen, oder möchtet ihr mich zu Sir Esgard begleiten, erwiderte ich mit meiner süßesten Stimme. Fabrizio seufzte. Ich wusste, wie ich ihn besänftigte. Ihr wisst besser, was am dringlichsten ist. Ich folge euch, meinte Fabrizio. Ich grinste breit. Wundervoll! Durch den Haupteingang der Burg und zwei Treppen nach oben beeilten wir uns zum Arbeitszimmer von Esgard. Vor der Tür stand Falkmar, entspannt an die Wand gelehnt, an seiner Seite hing ein langes Wolfsheimer Messer. Er nickte uns zu. Ich würde dann nur reingehen, wenn es wirklich dringend ist, empfahl er uns. Ich lächelte wissend. Danke! Und in einer fließenden Bewegung klopfte ich, während ich die Tür bereits öffnete. Dahinter fand ich an einem Tisch sitzend und hektisch schreibend Esgard vor. Er blickte nicht auf. Was? Brummte er und nervt. Guten Morgen, euer Hochwohlgeboren. Ich komme direkt zur Sache. Es wurde zu wenig brönzgader Apfelwein, eines der Lieblingsgetränke des Gefolges, geliefert. Silas empfiehlt als geschmackliche Alternative den Wein vom Asyntier, welcher aber doppelt so teuer ist. Es fehlen drei Dutzend Flaschen, erklärte ich direkt los, um ihm jede Möglichkeit zu nehmen, mich abzuweisen. Esgards Stirn glitt auf die Tischplatte hinunter. Hedwig, dafür habe ich gerade wirklich keine Nerven. Und kein Geld. Kannst du bitte mit Saurak sprechen? Der hat für sowas oft gute Ideen und erkennt die Geldmittel. Er soll sich dazu Gedanken machen und eine Entscheidung treffen. Seht das Problem als erledigt an, gab ich freudig Kunt. Ich winkte Fabrizio zu und machte mich schnell aus dem Raum heraus, bevor Esgard weiter darüber nachdenken konnte. Aus der Tür wieder hinaus kam uns Viktoria entgegen. Guten Tag, Schwester Hedwig! Guten Tag, edle Dame Viktoria, begrüßte ich sie höflich. Falls ihr zu Esgard wollt, solltet ihr vorher überlegen, ob ihr euer Anliegen nicht auch mit Saurak klären könnt. Der edle Heer ist gerade in keiner guten Stimmung, erklärte ich freundlich. Viktoria runzelte verunsichert die Stirn. Es gibt noch viel zu viel zu tun, so kurz vor der Abreise. Nicht nur, dass Prinzessin Valeria nicht da ist, Daneka, pass auf sie auf. Elstern ist ebenfalls vorausgereist und wir könnten seine Mitorganisation so gut gebrauchen, klagte Viktoria. Ich lächelte sanft. Wir sind ebenfalls gerade auf dem Weg zu Saurak. Möchtet ihr uns begleiten? Viktoria's Miene hält sich auf. Ja, sehr gerne! Auf dem Weg den Gang entlang berichtete Viktoria, dass sie gerade von der Küche kam und noch mindestens ein ganzes Reh benötigt wurde, um genug Pökelfleisch für die Reise herstellen zu können. Aber sie musste sich noch darum kümmern, dass diverse Duftkerzen und andere Luxusartikel für den Kronprinzen und Herrin Valeria beschafft werden. Außerdem hinkten die Knechte mit dem Baladen der Karren hinterher. Nichts, was man nicht mit zwei, vier weiteren helfenden Händen wieder aufholen könnte. Aber woher nehmen? Ich gehe später noch zur Kapelle. Von da aus ist es nicht mehr weit zu den Stellen. Wenn ihr möchtet, kann ich mit Kaya dort über das Reh sprechen, versuchte ich zu helfen. Viktoria blieb abrupt stehen, hob meine Hand mit den Iren auf Brusthöhe. Schwester Hedwig, ihr wärt eine sehr große Hilfe, wenn ihr das für mich tun könntet, strahlte Viktoria mich an. Ich ersetzte mein überraschtes Gesicht mit einem warmen Lächeln und erwiderte ihren Händedruck, indem ich auch meine zweite Hand hinzunahm und ihre Hände kurz drückte. Ich kümmere mich darum. Freudig wurde ihr Griff gerade so locker, dass sie mich mit nur noch einer Hand weiter den Gang hinunterzog. Danke, Schwester, wir sollten uns beeilen, es gibt noch so viel zu tun! Ihre Stimme war eher ein freudiges Rufen. Ich zuckte lächelnd die Schulter. Manchmal waren Menschen so einfach glücklich zu machen. Sie klopfte an die Tür zu Solraks Zimmer. Herein, hörte man eine ruhige Stimme. Wir traten ein. Immer wieder wunderte ich mich, wie Viktoria, egal wie hektisch es auch war, stets auf die genaue Etikette achtete und nie von dem ihr beigebrachten abweichte. Hallo, edle Dame Viktoria, Schwester Hedwig, Fabrizio. Solrak stand von seinem Tisch auf und verbeugte sich knapp vor Viktoria und nickte Fabrizio und mir zu. Viktoria bedeutete mir, mit einer scheuchenden Handbewegung anzufangen. Ich erklärte das Problem mit den Weinsorten und dass Herr Esgard sich wünschte, dass Solrak eine Entscheidung dazu traf, da er die Ausgaben neben Esgard am besten kannte. Amades hat schon recht, der Wein vom Asinti ist viel zu teuer. Ich kenne aber einen guten Weinhändler in Björneberg. Und hattet ihr euch nicht sowieso gewünscht, dass das Gefolge mal Wein aus eurer Heimat probiert, Schwester Hedwig? Jetzt wird es wohl dazu gezwungen sein, dachte er laut nach. Er lächelte. Schwester, könntet ihr Esgard informieren, wenn er sowieso einen Brief nach Angermott schickt, die Knechte dort zu beauftragen, den Wein rechtzeitig abzuholen? Ich zwang mich zu einem freundlichen Lächeln. Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, Esgard in seinem Gemütszustand noch einmal zu behelligen, aber ich wusste auch, dass er eine größere Geduld mit mir hatte, als mit so manch anderem. Ich konnte nicht zulassen, dass jemand seine Laune abbekam. Natürlich! Ich wollte sowieso später nochmal mit ihm sprechen, log ich freundlich lächelnd. Fabrizio warf mir einen Seitenblick zu. Ich verabschiedete mich und bedeutete Fabrizio, mir zu folgen. Auf dem Weg nach draußen fragte Fabrizio, ihr wolltet sowieso nochmal zu Esgard? Das war doch gelogen. Geflunkert, korrigierte ich. Er war wirklich äußerst schlecht gelaunt. Ihr solltet seine Geduld, wenn jemand seine Geduld auf die Probe stellen darf, dann ich. Wollt ihr etwa wissen, wie er jemanden zusammenstaucht, der sie überstrapaziert? Unterbrach ich ihn. Wir liefen die letzte Treppe hinunter und verließen die Burg. Nein, sagte Fabrizio mit einem vorwissvollen Unterton. Eben, rechtfertigte ich mich. Ja, aber wenn er euch zusammenfaltet, werde ich das wohl gezwungenermaßen mitbekommen, warf Fabrizio mir vor. Esgard hat mich noch nie so angegangen. Er weiß, dass ich ihn nur dann störe, wenn er der Einzige ist, der das übernehmen kann. Oder sagen wir, er glaubt, dass das so ist. Deshalb hat er bei mir mehr Geduld. Ich zwingerte Fabrizio zu. Er brummte unzufrieden. Wir kamen bei der Kapelle an. Die große Eingangstür stand offen und wir traten in den großen Saal, in welchem für gewöhnlich Lesungen für die Götter gehalten wurden. Lorena putzte gerade den Altar, welcher am Ende des Raums oben auf einer Stufe stand. Ich blieb vor der Stufe stehen, schloss die Augen und während ich einen Moment an Dalia, Baldur und Ralat dachte und ihnen in Gedanken für ihre Unterstützung dankte, zeichnete ich vor meinem Gesicht mit drei Fingern ein offenes Dreieck in die Luft. Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich, wie Fabrizio ebenfalls seine Augen und seine Hände zu einem kurzen Gebet geschlossen hatte. Mit einem Lächeln trat ich die Stufe zum Altar hoch und sprach zu Lorena. Hallo Lorena, solltet ihr nicht so langsam ebenfalls für die Reise packen? Sie blickte etwas verunsichert zu mir, während sie das Altar hoch wieder ausbreitete. Hallo Schwester, meint ihr wirklich, das ist in Ordnung? Die edle Dame Valeria hat sich zwar für mich ausgesprochen, aber der edle Herr Esgard hat mich noch nicht einmal so richtig wahrgenommen. Und was ist, wenn er mich fortschickt? Ich legte meine Hand sanft auf die Ihre. Ich gehe später nochmal zu Sir Esgard, um ein, zwei Dinge mit ihm zu klären. Begleitet mich, dann werde ich euch gebührend vorstellen und ich bin mir sicher, dass er euch nicht wegschicken wird, meine Liebe. Ich lächelte sie warm an. Es stimmt schon, was sie sagt. Die zwei Tage, die wir nach dem Erntedankfest noch gemeinsam gereist waren, war sie kaum aufgefallen. Sie war vor allem bei Vater Munibert und mir. Lorena war wirklich sehr an Dahlia interessiert gewesen. Und Vater Munibert hat sie mehrmals ermutigt, dass sie noch jung wäre und solange sie könnte, mehr anstreben sollte, als eine Messdienerin eines alten Ralatpriesters zu sein. Dennoch war sie vorerst mit Vater Munibert zurück nach Pjörneberg gereist und erst nachdem Vater Munibert sich schlussendlich überzeugt hat, hat sie dort ihre Habseligkeiten zusammengepackt und ist mit einem Empfehlungsschreiben nach Wolfsheim gekommen. Prinzessin Valeria hatte sie herzlich aufgenommen und hatte sich unglaublich gefreut, dass eine weitere Geistliche sich dem Gefolge anschließen wollte. Sie hatte mehrere Stunden mit Lorena gesprochen, wo sie herkam, wie sie aufgewachsen war und natürlich über die Götter. Begleitet mich, drängte ich freundlich. Wenn ihr euch heute wegschickt, dann müsst ihr nicht mit nach Angermod, aber gebt mir diesen einen Versuch. Nun gut, ich hole noch schnell meinen Beutel, dann treffen wir uns am Eingang, antwortete Lorena schüchtern lächelnd. Wir trafen uns wenige Augenblicke später am Eingang der Kapelle. Ich ging in Richtung Burgmauer zu den Stellen voraus. Wir kamen bei den Stellen an. Kaya war gerade dabei, die Pferde vorzubereiten, zu striegeln und ihnen die Hufe sauber zu machen. Ich erklärte Kaya, dass noch wenigstens ein großes Reh benötigt wurde und das am besten bis morgen früh, damit Orlife noch rechtzeitig das Pökelfleisch fertig machen konnte. Sie war gar nicht begeistert, sich noch auf den letzten Drücker um so ein großes Tier kümmern zu müssen. Ja, ja, ich sehe, was ich machen kann. Ich muss mich aber noch um zwei weitere Pferde kümmern. Dann muss ich auch schon los. Es dämmert bald und es ist weit bis aus der Stadt hinaus. Aber wenn ich Glück habe, erwische ich heute Abend noch ein Reh. Morgen früh sollte ich definitiv welche antreffen. Spätestens bis morgen Mittag soll Orlife sein Wild bekommen, meinte Kaya. Sie widmete sich wieder der Huffliege des Schecken. Wir sehen uns dann bei der Abreise, beendete Kaya das Gespräch, um weiterarbeiten zu können. Nach einer knappen Verabschiedung unsererseits leitete ich meine kleine Prozession wieder zurück Richtung Burg. Meine Gedanken schweiften zur bevorstehenden Reise. Der Kronprinz war nach Boras zu seinem Vater gereist. Er wollte vor der traditionellen Brautentführung noch irgendwas mit seinem Vater klären und hatte Esgard einen Brief geschickt mit allem, was er für die Feierlichkeiten so erwartete. Esgard war empört gewesen, aber letzten Endes war ihm bewusst, dass die Hektik der Vorbereitung das kleinere Übel war, als einen aufgebrachten Kronprinzen beschwichtigen zu müssen. Die Liste war mal wieder voll mit extravaganten Wünschen für seine zukünftige und sich. Und sie war auf den letzten Drücker gekommen. Kein Wunder also, dass Esgard die letzten Tage so mies gelaunt war. Dennoch versuchte er jeden Abend gemeinsam mit dem Gefolge zu Abend zu essen. Er hatte die Meinung seiner Schwester adaptiert, dass gemeinsam zu essen vor allem in hektischen Zeiten wie jetzt wichtig für die Moral und den Zusammenhalt war. Es war bereits Nachmittag, als wir zur Burg zurückkehrten. Vor dem Arbeitszimmer von Esgard angekommen, erwischten wir Falkmar, wie er an die Wand gelehnt kurz eingenickt war. Lorena kicherte. Falkmar wurde rot. Verzeihung, räusperte er sich. Na, schlauch die harte Arbeit als Trabant, scherzte Fabrizio und gab Falkmar einen Klaps auf die Schulter. Falkmar knifft die Augen zusammen und zog eine Schnute. Er hatte nichts zu seiner Verteidigung vorzubringen. Ich setzte mein wärmstes, süßestes Lächeln auf, als ich mit einem knappen Klopfen zu Esgard ins Arbeitszimmer schwebte. Er stand am Fenster und blickte hinaus, vermutlich auf das Treiben an den Karren. Einen Brief in der Hand, als ob er nur kurz während des Lesens abgeschweift war. Esgard blickte mich durch die Spiegelung im Fenster an. Hedwig, stellte er trocken fest. Se Esgard, ich hoffe, die Hektik von heute Vormittag hat etwas nachgelassen, säuselte ich in meiner lieblichsten Stimme. Ich drehte mich leicht zur Seite und bedeutete Fabrizio draußen zu bleiben, griff Lorena am Arm und zog sie, während ich mit der anderen Hand die Tür hinter uns schloss, in den Raum. Esgard drehte sich zu uns um. Ich hoffe wirklich sehr für euch, dass es dringend ist. Oder gute Nachrichten sind. Ich nehme schwer an, dass irgendwas mal wieder nicht nach Plan lief. Baldes Abendessen, werdet ihr teilnehmen? Höfelte ich, in der Hoffnung, ihn etwas abzulenken. Esgard blickte mich nur finster an. Das ist Lorena, sagte ich in meinem besten, lieblichsten Singsang und schob sie mit einer Hand an ihrem Rücken einen Schritt nach vorne. Sie war die Messdienerin von Vater Munibert und hat sich uns nach dem Erntedankfest auf Solrax Anwesen angeschlossen. Die edle Dame Valeria hat sie freudig aufgenommen und ich plane, sie mit nach Angermott zu nehmen. Esgard blieb reglos. Ich habe euch heute das ein oder andere an organisatorischen Tätigkeiten abgenommen. Das mit dem Wein ist geklärt. Allerdings müsstet ihr, wenn ihr sowieso nach Angermott schreibt, die Knechter nach Björneberg schicken, damit diese den Ersatzwein abholen, den Solrax bestellen wird. Esgard musterte Lorena. Kannst du schreiben? Lorena war stocksteif. Ja, mein Herr. Gut, setz dich, wir haben viel zu tun, wenn wir vor dem Abendessen fertig werden wollen. Esgard zog den reich verzierten Stuhl von seinem Tisch ab. Lorena zögerte. Ich schob sie mit einer Hand weiter vor und zwang sie den ersten Schritt auf den Tisch zuzumachen. Als er sich gesetzt hatte, fuhr Esgard fort, während er sich wieder dem Fenster zuwandte. Geehrter Elstan! Hektisch tauchte Lorena die Feder in die Tinte und begann zu schreiben. Ich lächelte und verließ wortlos das Zimmer.